Woleka Magdalene, willkommen zurück zu einer neuen Reaction. Heute etwas wirklich ganz Spezielles. Und zwar bin ich nicht mehr allein. Die, die früher die Videos geschaut haben oder schon seit Anfang dabei sind, wissen, dass sie auch Nandu und ich früher Reactions zusammen gemacht haben. Und dann hatten wir eine Phase, in der ich diese alleine gemacht habe. Die ist jetzt aber vorbei. Und zwar haben wir jemand Neues. Hallo. Hallo. Woleka, mega cool bist du dabei. Und zwar haben wir eben gedacht, es ist halt immer interessant, wenn wir noch eine andere Meinung haben. Vor allem jetzt auch eine Frauenperspektive. Weil da kommen halt wirklich immer wieder so andere, wie soll ich sagen, andere Aspekte hinein, wo man sich vorher, oder wo ich mir vorher nicht überlegt habe. Und das macht es halt einfach auch ein bisschen interessanter, vor allem eine Diskussion. Und wir haben jetzt auch nochmal etwas anderes als eine normale Reaction. Und zwar nicht nur, dass wir das Zweite sind, sondern ihr wisst wahrscheinlich auch schon, dass der Youwen Konzert veranstaltet. Und zwar in Deutschland, England und Frankreich. Übrigens geht ihr eigentlich auch an die Konzerte. Oder wie sieht das bei euch aus? Könnt ihr sehr gerne unten hinschreiben. Und ja, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Guckst du an das Konzert von Youwen? Hallo, ich bin auch in Du. Geil, geil. Aber welches ist das in Frankreich? Jawohl, in Paris. Ach, in Paris. Und ciao. Ich würde so, so gerne. Ich weiss, es ist ein bisschen enttäuschig. Ja, die meisten von euch wissen, die die Videos ein bisschen regelmässiger schauen, dass ich eigentlich ein Youwen Fanboy bin. Aber ich habe momentan enorm viel zu tun, auch mit dem Arbeiten und dem Studium. Und darum ist es mir leider nicht möglich. Aber bitte erzählen Sie weiter. Ich weiss, es ist peinlich. Aber irgendwann schaffe ich es dann auch mal. Ja, aber mega geil, dass du gehst auf jeden Fall. Und wir haben ja gedacht gehabt, anhand von diesem Event, dass wir eine Youwen-Serie machen jetzt mit unseren Reactions, um das Ganze auch ein bisschen zu hypen. Und ich hätte gesagt, wir fangen gerade mit dem ersten Video an, was eine Introduction ist. Okay, bist du ready? Yes. Gut, let's go. Okay, ich bin gespannt. Warte. Nee, BGM King. Ehe. Der Beat kommt. Er kommt. Oh. Wir sind voll am Port die Woche. Geil! Oh ja. Ja, gut. Oh ja, mega. Oh shit. Die waren nicht so fast. Oh lord. Oh my god. Oh my god, so gut. Oh my god. Oh my god. Ich weiss nicht, ob das jetzt die behinderte Idee war, dass ich das jetzt angelieft habe. Denn wenn das Konzert so abgeht... Es wird... Ich bin so eifersüchtig auf dich. Wieso bin ich so dumm? Wieso habe ich das viel zu tun? Das ist so geil. Der Beat und alles, wie es aufbaut und so. Aber erzähl mir, was... Also du hast es auch geil gefunden. Dann habe ich an deine Reaction gehört. Und ja... Es ist halt schon... Es baut mega krass auf. Vor allem auch mit den Special Effects. Ist halt richtig geil gemacht auch. Gut, Pool Party... Weisst du das, ob die noch so After Partys haben nach dem Konzert? Weisst du Domi? Also es gibt... Es gibt eben... After Party. Mhm. Also das... Jedenfalls in Paris. Okay. Aber ich weiss nicht. Hast du dich so viel genau erkundigt in dem Fall? Ja... Ich habe mir eben überlegt, um zu gehen. Aber wahrscheinlich gehe ich eben nicht. Ja... Ja... Aber... Ich... Ich muss es, glaube ich, auch überdenken. Ja, voll. Ehe, ehe. Und... Fällt dir eigentlich die Musik so allgemein auch vom Juven? Oder so das Teil? Ja, voll. Ja, voll. Er macht ja wirklich mega viel Musik. Verschiedene. Mhm. Und ich bin eigentlich ein riesen Fan von ihm. Ah! Du auch? Ja! Ja! Ja, gut. Eben, ich meine... Ja, gut. Eben, ich glaube, es ist auch schwierig, kein Fan sein vom Juven. Er bleibt halt schon ein recht geiles... Geiles... Er macht wirklich gute Musik. Mega, mega. Eben, ich glaube, er kann es auch mega gut handeln mit so Beats. Und vor allem aufbauen. Zum Drop. Das, finde ich, macht er richtig, richtig cool. Und... Ja... Ich glaube, das Promovideo... Du scho recht hypen. Auch fürs Konzert als ich. Aber ich glaube, es soll allgemein einfach deine Lieder nachher auf Spotify anschauen. Also, ich werde wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen umstöbern. Also, kann das für ein paar mal machen. Aber... Ich glaube, es kommt halt immer wieder etwas aus. Oder... Und... Ja... So ein bisschen das. Auf jeden Fall... Ich persönlich habe es mega cool gefunden. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist. Wahrscheinlich auch. Also, jetzt ein Video. Ja. Es ist mega... Es ist mega... Ich frage mich so, ich bin auf dem Konzert. Ja... 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 Sag das doch nicht. Er hat aber auch nicht nur so coole... Also, so mega... Hippige Songs. Er hat auch so mega... Schöne, dramatische Lieder. Ah... Ja... 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 Auf jeden Fall... Ich glaube, ihr seid auch gehypt. Und... Wahrscheinlich werden einige von euch auch an das Konzert gehen. Ja... Könnt ihr das sehr gerne reinschreiben. Auch später oder so. Wie das Konzept war. Das nimmt mich mega Wunder. Ich werde natürlich auch noch etwas auf YouTube rumstäubern. Aber... Die Real-Life-Experience... Ähm... Ist dann halt doch wieder etwas anders. Und sonst an dieser Stelle... Hast du noch irgendetwas zu sagen? Nein. Ja... Top Top. Dann freuen wir uns, wenn ihr euch wieder einschaltet. In den nächsten Videos. Und ja... Wie schon gesagt. Es ist eine Serie von 10 Videos. In den nächsten 10 Tagen. Und... Ja... An dieser Stelle... Dann drinnen aber gleich. Danke viel fürs Zuschauen. Und... Bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!